Für jeden Unfall übernehme ich keine Haftung. Sofort anhalten, ich will aufstehen. Das heißt, wir müssen jetzt kurz durch den Start oder kommst du da rüber. Tschüss. Tschüss. Das Ding hat hier kein Glück. Dann raus. Ah, fuck. Ja, das war dämlich. Das war dämlich von mir. Ich glaube, ich bin in Sicherheit. Ich noch nicht. Aus der Richtung nur. Aber auf der Straße können wir weiterfahren hier oben. Okay. Okay, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Wir können uns auch ein Battle mit denen geben. Komm, wir sind an der Zone. Scheiß drauf, Alter. Ist PUBG. Fährt man nicht blöd rum. Ich weiß, wo sie sind. Ost, Ost, Ost. Normal Osten. Normal Osten über den Hügel. Über die Hügelkette. Über die Hügelkette. Ja, ich seh sie, ich seh sie. Ich weiß nicht. Boah, ich muss mich ein. Kein Plan, wo ihr die da seht. 130. Ich bin beim Hügel so irgendwo. Oben. Oh, Loma, du bist direkt dran. Ne, ich hab keine Ahnung welchen Baum ihr meint. Ja. Äh, hinter euch kommt ein Bus. Danke. Bis, bei dir. Ich seh hier keine Sau. Die sind direkt unter dir irgendwo. Bei dem Baum, Baum, Baum an der Grenze waren die zuletzt. Der Baum, wo ich jetzt direkt vor bin. Nein. Ach, da unten. Kein Plan. Wenn du den Hügel so entlang gehst, dann ist das an der Grenze. Ja, direkt auf der anderen Seite von dir. Direkt auf der anderen Seite vom Berg sind die. Ah, ja, ich hab's gehört jetzt gerade. Wir müssen wieder ein Stück. Äh, Auto oder laufen? Geht's, laufen. Ich seh die Leute. Unten. Unten? Äh, 120. Einer läuft. Junge, ich brauche Unterstützung. ein ausgemacht aber von dir Nein ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ja, oh Gott, holt mich schnell, holt mich schnell Das ist arschgefährlich Ja, ich vertraue dir Versuche mit Unterstützung zu geben Danke In der Stadt Wir müssen auch noch nicht drücken, du mal, jetzt move'n bei dich Scheiße, das ist grad auf die Gegner, die Zone Alter, wir sind direkt bei dir jetzt Ich seh' die auf dem Berg Ja, wir sind drei in der grünen Lagerhalle jetzt Fuck Karten bekommen, durchfallen Wir können dir jetzt grad nicht helfen, wir müssen noch in die Zone Wir müssen da unten die Bäume nehmen, das ist unsere einzige Chance Nein, nein, nein Nein, nein, nein Fuck Ich bin in der Zone drinnen Neben mir könnten aber jetzt Leute sein Fuck, ah nein, der war rechts Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ah, die Kappe Ich werde sterben Ich werde sofort sterben Rechts, Krämer, rechts oben Krämer Muss da runter, muss er Krämer zur Info, hier unten sind drei Leute in der Halle Ja, das schafft er eh nicht Ja, oder die rennen jetzt raus, ich weiß nicht was auch geht Einer ist vor mir, einer ist vor mir Die haben mich gesehen Mit mich aber nicht Mit mich aber nicht Weg Schuss und noch, das ist knapp Ich kann's nicht vergessen, ich brauch zu lange zum Hallen Einer ist, einer ist links, als ich da an der Mauer lang geklettert Weg da weg da weg von hinten von hinten von hinten Ich schaff es nicht, ich schaff es nicht Heilig da Du ist endlich gestorben Mhm, aber wohl noch mal Zeit Du ist Du ist gestorben Muss jetzt weg, da Krämer in die Zone kommt Der Typ achtergrat nicht richtig, glaub ich Scheiß auf den Typen, scheiß auf den Typen Muss in die Zone rein Hast du alle drei von denen bekommen? Nein, nein Ach, dann ging die Grenaten auf den anderen gerade, okay Wenn es nicht auf wäre Ich glaube einer ist links bei den orangenen Zelten gewesen Ja, du gefällst mir jetzt glaub ich Die zwei oben rechts zumindest Oh ja Ja, bei orangenen Zelten Achtet auf die anderen Wir müssen rechts noch Nee Hohohohoho Ich hab nur eine Schuss Ich hab nur eine Schuss Jetzt den links Ja Du hast glaub ich den verletzten getötet Glaub ich auch Ja Ja Da ist keiner Der ist, glaub ich, weggemuckt Von oben Dreck über den Dreck über den Da oben Halt die Ja, da ist noch, okay Boah, sexy Mann, ey Ich muss auch grad sagen Du kannst echt posen Jetzt müsste der andere Typ gewesen sein Ja Ja, wo es waren noch zwei Mann Ja, ich glaub da war der Da ist der noch Der ist der noch Der ist der noch Der da oben Alter ist das eine Scheißposition, ne Aber du bist wenigstens in der Zone Und die nicht Da eine und da zwei Ja Okay, dann rechts Du weißt, wo ich lache, ne Ja, ja Ja, ich seh ihn Oh Gott, die kommen jetzt auch runter Drift gar nicht Oder, oder tritts bei dir Ne, ne Aber vielleicht wegfliegen Ne, links, 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 links Du kriegst ihn schnell, du kriegst ihn schnell Oh ne, dahin Das sind zwei, direkt da Ja, das sind zwei Guck dir den oberen, den oberen, den oberen Den oberen Der andere am Auto Es ist, es ist nur noch der eine Nur noch der im Auto Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß, ich weiß Nichts mehr sagen Nichts mehr sagen Das sollte nicht irgendwie wiederholen können Jetzt ist er doch Er ist näher an der Zimmerwand Er ist näher an der Zimmerwand Granaten hast du nicht mehr, ne Warte Ja genau, versuch den Wagen zum explodieren Ja genau, versuch den Wagen zum explodieren Das ist mein Plan Ok Er ist am Baum Ja, psst, 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 psst Der sieht er, dieser sieht er Dieser sieht er Er wirft ne Granate, wirft ne Granate Ey Wie dumm von dem Typen Ah Ah Ja Wie dumm Weißt du Der weiß doch, dass er dich sieht Ja Wenn er so Granate Den Rätsel werfen Ist nicht dumm aber Also So offen Das war Oh Oh Hier ist alles gespielt Danke Oh ja, ist hier an, ist hier an, ist hier an, hier bei uns, zwischen uns Zwischen uns? Jaja Ich sehe ihn jetzt nicht mehr Aber der ist in nordostische Richtung In dem Gebäude, wo ich bin, warst du schon, ne? Ja Ok Nein Da wo du grad bist, war ich nicht Fuck Da sind die Türen offen Vielleicht war der da Ja Eigentlich jetzt mal auch Da ist hier bei mir Ausgelockt Und erschienen Ich sehe ihn da noch Wo? Äh, Norden, äh, 340 Ich hab ihn getötet Sehr schönes Ding Bin kurz aus dem Helm rausgegangen Hab weiter geschossen Hab ihn getroffen Wo waren der jetzt? Äh, im Norden An der Straße Oder an der Häuserecke An der Häuserecke Ähm Du läufst aus dem Zug Rechts Ah Lol, der war schon hinter der Wand Und du hast ihn noch gekillt Ja, der ist auf der noch umgekippt Noch mehr Schüsse? Äh, falls Ich als C Ich werde schießen Ich hab vorhin noch einen Haustenschalterempfer gefunden Ich sehe, er sehe beim Baum, äh, 110 Hier hinter dem Container, hinter dem Gebäude Das sind so rechts Container Und dahinter war einer Sehen nichts mehr Ich könnte theoretisch den Berg hoch Die dann von hinten pushen Können wir machen Warte auf mich Ja Ah, sieh, sieh, sieh hintermügel Auf den Hügel Die sind hier oben Äh, bei dem Haus hinter uns wird auch geschossen Ja, aber Ich... Sieh auf mir grad die Typen, die sind so Gott, jetzt sind... Die sind jetzt hier oben auf dem Hügel Schauen grad nicht in unsere Richtung Ich sehe wieder einen Ich sehe wieder einen Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen, direkt vor mir Gine chocolate Schüsse von vorhin, von dem Haus da hinten, auf Süden. Wir sehen noch ein weites, ein weiteres Visier auf mich. Ich bin ausgewichen. Die kommen ungefähr zu wo wir waren. Wo sind die? 40, hinter dem Gebäude hier rechts. Schießt du? Ja. Hat Hits? Im Gebäude noch drin, ne? Nein, sind rausgerannt, Richtung 20. Ah, es geht sogar die Zone, von der Distanz her. Ja, ja. Das Problem ist einfach jetzt. Ich würde mich ein bisschen von der Stocken auf dem Status abzuhalten. Ja, 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 das auf jeden Fall. Wir sind an dem Bereich, wo die Zone Lampen an der ist. Ne, ich sehe sie. Ne Leiche. Kannst du mir verzahen, wo? 40, Buggy. Fährt auf und weit weg. Ich habe ihn auf jeden Fall einen Headshot verpasst. Hat den aber nicht so viel gejuckt. Dein Ausluss ist zum Stein vorne gelaufen, den du gleich siehst. Ja. Hab ich da einen ausgenockt? Einen ausgenockt. Ich hör eine Granate. Ich auch. Pass auf, lehre nicht weiter vor. Da ist sie. Doch, hab sie getötet. Also einen. Und ich hab den anderen durchnettet. Okay, wir müssen weg. Scheiß auf deren Lot. Ja. Vor uns. Ja. Nicht schießen, nicht schießen. Erst wenn die uns sehen, müssen wir Feuer wieder. Zwei Leute, ja. Und links von uns auch zwei. Wir müssen gleich die Bäume und Tügel vor uns nutzen. Ja. Ich kümmer mich um die, äh, links von uns. Ich mach grad gar nichts, ich mach grad gar nichts. Ich heil mich nur. Zone ist relativ nah. Das einzige Problem ist keine Deckung vor uns. Ja. Ich versuch da vielleicht sogar vor, ein bisschen vorzupushen. Wir müssen da rein, ne? Ja. Ich geh jetzt. Pass auf, auf den Hügel war ich, ne? Ach, du Scheiße, Mann. Einer pusht jetzt raus, bei mir. Ja. Fuck it. Das heißt, hier gibt's keine andere Möglichkeit wie hier. Alter, ist das mies. Da sind zwei, da sind zwei. Die anderen Sniper haben noch auf mich geschossen. Ja, die zwei haben eigentlich geschossen, da hinten. Haben die nichts anderes zu tun? Okay, ich muss. Ich hätte direkt durchpushen sollen. Nein, irgendwie überraschen. Miese Situation. Hier, das Gebäude, auf das du zu rennst, genau da ist, einer. Verwesen. Jetzt hab schnell Feuer, ne? Lass da rein. Töten. Ja. Ja. Jetzt rechts, das Gebäude, rechts, das Gebäude. Geh rein, geh rein. So, was ist denn jetzt da vorne? Genau das Gebäude war der. Warte mal, hat sich grad bewegt beim Wagen? Ah ja, genau. Schön. Das war sein Team-Man, der ist sofort gestorben, ne? Ja. Oben, durch. Ja, da, am Hügel. Leute, die Kugel fliegt zu weird, ne? Ja. Ich hab echt Problem, Leute in den Lauf zu treffen. Alter, was ein Camping-Field, ne? Mhm. Ich hab halt übelst Schiss, dass da noch welche sind. Kann wohl sein, wenn man fällt, das siehst du aber nicht. Schön. Hab ich noch ne Granate? Ne. Ich hab Granaten, ich hab Granaten. Oh, Leute. Perfekt. Danke dafür. Bitte. Oh, oh. Gott, von hinten. Ist das mein Energy Drink? Ja. Ja, perfekt. Die Frage ist, ein Team oder drei Einzelne? Okay, das hat's glaube ich ein bisschen geklärt. Was ist der letzte? da links 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 das ist zwischen den beiden gebäuden hast du gesehen zwischen den beiden gebäuden also wo du da guckst genau dazwischen ja erzähl ich ihn so wird's gemacht ja ich hab den dann auch gesehen danke acht kills hey elf über zehn alter pubg weiss pubg ist es halt okay eins mach ich noch ja die gibt es auf die gegner mario sagt einfach ja oder nein so wir haben jetzt abgeholt die achterwanne geht so ab die stänze mit der grenze ähm klappt nicht oh mein gott ja und wir ja 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 ja